Angeboten werden Handschuhe in drei verschiedenen Größen. Größe 8, Größe 9 und Größe 10. Die Handschuhe bestehen aus zwei Komponenten. Einmal den Grundstoff, das ist Baumwolle, und dann Kunstleder. Die Handschuhe sind innen und außen gepolstert. An den Reibeflächen besitzen sie Kunstleder, macht die ganze Sache griffiger am Lenkrad und abriebfester. Die Handschuhe sind gut verarbeitet und verfügen über einen Klettverschluss. Sie sind hinten etwas weiter, damit der Rennanzug reinpasst. Über den Klettverschluss kann man das Ganze dann festmachen. Die liegen gut in der Hand, sind griffig und leider nicht wasserdicht, aber es sind eher Sommerhandschuhe. Untertitelung des ZDF, 2020